hey leute david von ideasignish hier so ein frohes neues jahr an alle und ich hoffe ihr seid gut rüber gekommen und seid wieder von den toten auferstanden was silvester betrifft ich hatte mir das mal zur aufgabe gemacht vor zwei jahren ungefähr also genau genommen vor zwei jahren dass ich mal so ein video mache wo ich so ein bisschen erzähle ok was habe ich erreicht und was hat sie so bei mir verändert da ich ein fauler sack bin kam ich erst heute dazu das zu machen das heißt am sonntag und am montag kommt es hoch also am fünften und ich hoffe aber euch gefällt es ein bisschen was ich so zu erzählen habe ich habe letztes jahr leider nicht gemacht deshalb weiß ich nicht ganz wahrstand der dinge war aber ich kann es haben so ein bisschen an meinen videos nachverfolgen so zum einen zum beispiel wie ihr vielleicht wisst habe ich mich im februar 2015 selbstständig gemacht als grafikdesigner ich kriege immer wieder anfragen von euch und also ihr könnt mir gerne wieder was schreiben am besten unter meiner e mail adresse oder in der video beschreibung oder bei facebook wie ihr es gerne haben wollt und dann mache ich euch was meine preise muss ich ganz ehrlich gestehen beziehungsweise auf firmen und so weiter aber egal soviel dazu dann war ganz geil das habe ich jetzt gerade gemerkt im märz des letzten jahres hatte ich mein 3000 abo special das kam relativ gut an bei euch und muss halt echt sagen das ist echt cool damals im märz die 3000 abos und jetzt schon wieder 4000 abos also knapp im jahr finde ich schon mal ganz nice also deshalb weiter so mein ziel demnach wäre dann endes jahres per social blade müsste ich dabei 5000 sein und das wäre echt super total genial wenn wir es erreichen würden ich war natürlich vorher natürlich auch genial aber auf jeden fall danke für euren support und ihr seht euch die geilsten dann war ich öfter mal jetzt über mitte des jahres hatte ich jetzt einen neuen kanal gemacht sehr witzern könnt ihr mal vorbeischauen link in der video beschreibung bzw ich verlinke ich euch hier mal und da könnt ihr mal darauf schauen ist ein kleines blog ding so ein vlog über Länder wo ich jetzt war beziehungsweise general asien so die länder wo ich halt ab und zu mal bin und ansonsten hat sich nicht ganz viel nicht unbedingt viel getan mache halt weiter und mein kanal wächst das ist echt total genial ich sage euch ganz ehrlich gesagt danke für euren support auch wenn ihr mich jetzt nicht unbedingt groß beauftragt um ein design für euch zu machen ist es einfach so indem ihr mich abonniert meine videos bewertet und einfach ja meine videos teilt und generell aber aktiv seid und mir hilft sage ich mal an reichfahrt zu gewinnen werden auch andere leute auf mich aufmerksam und somit ist es mir wirklich mehr oder weniger schon ein ganz gute einnahmequelle zu haben und auch ganz einfach das zu machen was ich liebe also deshalb echt super vielen dank und ich hoffe nächstes jahr kann ich noch mehr berichten das war es soweit erstmal ich hoffe ich habe mich nicht so lange war zu lange gelangweilt meine stimme war nicht so monoton aber das ist ein bisschen mehr für mich gewesen und in diesem sinne haut rein bis dann und danke nochmal wear'res euhm das ist Vielen Dank.